Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Animationsfilms Robot Dreams, der am 9. Mai in den deutschen Kinos startet. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist zum einen die Schlogger, hallo Schlogger. Hallihallo! Und die Lida, hallo Lida. Hallo! Robot Dreams hatte ja die Chance gehabt einen Oscar zu gewinnen, er war nominiert in der Kategorie bester Animationsfilm, hat aber gegen den letzten Ghibli-Film der Junge und der Reiher verloren. Ob wir ihm vielleicht den Sieg gewünscht hätten, das werden wir jetzt erfahren, außerdem werden wir erfahren, wie wir zu dem Film allgemein stehen. Bevor wir das aber tun, müssen wir kurz noch abklären, Robot Dreams, worum geht es? Lida, du hast die Antwort. Ja, das Ganze ist inszeniert von Pablo Berger, der uns in ein fiktives New York, das war so das 80er, 90er Jahre New York, ist entführt, bewohnt von anthropomorphen Tieren. Wir sehen da also keine Menschen, aber tierähnliche, menschenähnliche Tiere, ja, in sehr humorvoller Weise, unter denen auch unser einsamer Hauptcharakter ist, nämlich ein Hund. Und die Technik hat dafür gesorgt, dass Menschen in dieser Zeit nicht mehr ganz so allein sein müssen, denn es gibt Roboter, die einem Gesellschaft leisten und dann der beste Freund oder die beste Freundin. Die Roboter sind wie alle dort relativ neutral geschlechtlich oder gendermäßig drauf werden und der Hund legt sich einen Robo zu. Das geht auch wunderbar, bis ein Zwischenfall dazu führt, dass die beiden getrennt werden und trotz aller Versuche sich nicht so einfach wieder vereinen lassen. Und während der Hund wacker weiter dafür kämpft, seinen nämlich leicht festgerosteten Roboter von einem geschlossenen Strand, wo die beiden schwimmen wollten, und das ist für Metallwesen keines gut, die Idee, wieder zu befreien, hat der Roboter seine eigenen Gedankenspiele. Und da sind wir schon beim Titel Robot Dreams. Dieser Film hat eine Eigenart, von der ich im Vorfeld gar nichts wusste, nämlich er verzichtet auf gesprochene Worte. Es gibt ein paar geschriebene Worte, die man sieht, so gerade im Stadtbild, aber es ist kein einziges Mal so der Fall, dass jetzt eben der Hund irgendetwas sagt oder der Roboter. Trotz allem hatte ich nie das Problem, dass ich irgendwas verstanden habe, eher im Gegenteil. Ich habe selten einen Film gesehen, bei dem es mir so klar war, was er erzählt und worum es eigentlich geht und wie die Figuren sich zueinander verhalten und was sie gerade fühlen. Was ich doch sehr bemerkenswert fand. Schlogger, du bist ja Illustratorin, das heißt, du bist ja vom zeichnenden Fach. Du bist jetzt mal unsere Fachkraft hier. Wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du das gefunden, so als Expertin? Du meinst, wie die Animation und die Atmosphäre und der Stil so war vom Film? Genau, auch dieses Nonverbale, weil du musst ja auch, wie gesagt, es erstmal schaffen, einfach nur mit Bildern etwas zu vermitteln. Ja, das finde ich, weil ich vom Fach komme, jetzt nicht so schwierig, weil man eben durch Gesichter sehr viel darstellen kann und die ganze Geschichte funktioniert ja auch wunderbar. Ihr wusstet ja bestimmt, dass der Film auf einem Comic basiert. Genau. Der Comic hat auch keine Texte, also keine Sprachtexte, der hat Soundwords, die man auch meines Erachtens hätte weglassen können und das ist im Prinzip fast der Film, die haben den fast eins zu eins übersetzt. Im Comic gibt es tatsächlich noch einen Traum mehr und noch eine Sequenz mehr, die der Hund erlebt, aber im Prinzip, und das Ende ist ein klein bisschen anders, finde ich. Aber ansonsten ist es eigentlich, haben sie ziemlich cool eins zu eins den Comic übersetzt, wobei ich habe den Comic vor 300 Jahren schon mal in der Hand gehabt und auch durchgeblättert und ich habe ihn auch gelesen dann in der Zwischenzeit, aber damals fand ich ihn, da habe ich den Reiz nicht ganz verstanden. Der Stil ist schön klar, aber war nicht ganz meiner und ich finde auch, dass im Gegensatz zum Film, im Film kann man so einzelne Szenen sich angucken und die sind schön, weil die sind irgendwie durch die Musik auch vielleicht und die Animation funktioniert das gut und im Comic fand ich, wirkt es ein bisschen belanglos und erst das große Ganze hat so eine ganz schöne Geschichte draus gemacht und das ist im Film ein bisschen nahbarer, einfach wegen des Mediums, finde ich. So, jetzt habe ich den ganz arg ausgeholt. Wie fand ich es ohne Ton? Fand ich gut, man hat es gut verstanden. Danke. Lida, was sagst du zu der Non-Virbalität des Films? Ja, die übersetzt sich wirklich wunderbar. Wir haben hier musikalische Cues, wir haben verschiedene schriftliche Cues und auch die Mimik, die ist trotz ihrer Schlichtheit so ähnlich, wie es manchmal ein Stummfilm war, sehr expressiv. Es gibt hier also niemals das Problem und ich denke, das würden Zuschauer aller Altersgruppen genauso empfinden, dass man hier etwas nicht versteht. Und die Vorlage ist da auch wirklich stilistisch sehr dran. Sarah Varong hat sie geschrieben. Ich persönlich kannte, bis ich den Film gesehen habe, letztes Jahr in Cannes und da auch mit dem Regisseur Pablo Berger kurz sprechen konnte, diese Graphic Novel nicht, aber war dann doch sehr angetan davon und froh über diese zusätzliche Entdeckung. Ich kannte natürlich diese Graphic Novel gar nicht. Ich weiß erst seit ungefähr 30 Sekunden, dass die existiert, aber ich bin ja immer froh, wenn ich hier im Podcast auch was lernen kann. Ich finde aber auch, dass der Film mir was beigebracht hat, weil diese Geschichte von diesem Hund und seinem Roboter, das hat natürlich was sehr Fantastisches, das ist natürlich auch für Kinder bestimmt auch so ein kleiner, ja ich möchte nicht sagen Spaß, aber so eine, ja ich sag mal ein Abenteuergeschichte. Aber für mich war das vor allem eine Geschichte über das Ziehen lassen von Beziehungen. Also wenn man machen will, auch ein Film über, ich sag mal eine Existenz, die für eine andere Existenz irgendwas tun möchte, aber keinen Erfolg hat. Weil dieser Hund kämpft ja immer weiter und immer weiter, wobei da jetzt auch die Frage ist, die mich, seitdem ich den Film vor einigen Wochen gesehen habe, beschäftigt habe, ich finde nicht, dass der Hund richtig kämpft für den Roboter. Er versucht ihn halt vom Strand runterzuholen, so ein, zwei Mal, aber dann kommt halt dieser, ich sag mal, dieser Nachtwächter und sagt so, geh mal weg und dann geht er und will warten, bis dann der Herbst vorbei ist und wieder Sommer ist. Und das finde ich interessant, weil er vermisst ihn zwar, aber ich hatte nie das Gefühl, dass dieser Hund wirklich für seinen Freund kämpft, ohne ihm das vorhalten zu wollen. Das fand ich einen interessanten Aspekt. Lida, wie siehst du das? Ja, die Aktion ist am Anfang sehr beherzt, aber dann scheint dem Hund so buchstäblich die Fantasie auszugehen und wir sehen dann auch, wie er sofort am Anfang aufgibt und auch zwischendurch mit einer anderen Freundschaft sich die Zeit, man könnte sagen, ja, vertröstet und dann auch tatsächlich in sehr, ja, einschneidender Weise einen Ersatz im wahrsten Sinne des Wortes findet. Und so ist es ja durchaus im Leben. Dieser Film und die ganze Erzählung hat also einen sehr erwachsenen, realistischen Unterton, der vor herben Wahrheiten nicht zurückschreckt, ohne dass das Ganze jetzt vollkommen deprimierend oder verstörend wirken würde. Ich finde, dadurch, dass ich die Graphic Novel auch, ich habe sie extra für den Podcast nochmal gelesen, man kann die ja recht schnell lesen, das sind 200 Seiten, aber dadurch, dass es eben auch keinen Text hat und so schöne, klare Bilder hat, kann man das schnell nochmal lesen. Und da ist es noch weniger. Also man merkt schon, dass sie im Film extra noch mehr Fokus auf seine Aktion und seine Befreiungsversuche gelegt haben, weil es wahrscheinlich beim Lesen, dass man eben genau diesen Kritikpunkt direkt vor Augen hat. Und wenn man das so vergleicht, fand ich es im Film schon, er macht nicht wenig. Also ich hatte als Zuschauer wirklich den Eindruck, der versucht alles, was geht, obwohl es natürlich zu sagen, okay, jetzt liegt mein Freund da halt, die ganze Wintersaison am Strand alleine ist natürlich eine krasse Entscheidung. Aber ich als Zuschauer habe wirklich gedacht, ja, okay, was will er denn da noch machen? Obwohl, er hat ja auch, er hat ja, also im Film kommen da manchmal, ja, was willst du, sagst du? Also, ich verstehe das schon einmal, diese Welt, wie sie so gezeichnet ist, für mich war immer klar, es müsste eigentlich noch Mittel und Wege geben, daran zu kommen. Also für dich ist klar, dass der Film zeigen soll, der hat sich nicht zu tausend putt, er hat nicht alles gemacht, was er hätte machen können. Und wie gesagt, ich gebe diesem Hund auch gar keine Schuld, also ich möchte nicht auf diesen Hund zeigen und sagen, der hat sich nicht richtig angestrengt, aber diese Entscheidung, dieses so, okay, ich habe jetzt das und das versucht, es hat nicht geklappt, okay, mein Masterplan ist einfach, ich warte jetzt einfach sieben, acht Monate, bis dann wieder Sommer ist, ist ja auch, hat ja, zeigt eine gewisse, ich möchte mal ganz sagen, so eine gewisse Feigheit vielleicht auch, weil er könnte ja vielleicht einfach sagen, okay, ich möchte mit dem, was ich, dem Besitzer des Strandes sprechen, mit der Stadt oder irgendwas anderes, mit dem Boot ran zu fahren, etc., pp., es gäbe halt diverse Möglichkeiten, weil wenn du wirklich das möchtest, dass da wirklich jemand ist, den du gern hast, dann tust du, glaube ich, mehr als das, was der Hund macht. Aber vielleicht ist es halt einfach, dass er für sich schon so entschieden hat, also das Problem ist einfach, dass er nicht mehr machen kann, weil ihm einfach der Mut vielleicht fehlt. Deswegen, wie gesagt, ich möchte dem Hund auch jetzt nicht sagen, dass er in Anführungszeichen ein Idiot ist oder ein doer Hund oder ein böser Hund, weil er das nicht macht, weil ich, ich kann das nachvollziehen, ich glaube, ich würde genauso handeln, aber ich fand einfach, dass diese Frage, die war bei mir stetig im Raum, die fand ich sehr interessant und spannend. Ja, so wie ihr es beide auch gesagt habt, wenn der Film für Beziehungen steht, sei es jetzt romantisch oder nicht, dann wird man doch von außen immer sagen können, okay, da hätte doch derjenige noch dieses und jenes machen können, um das zu kitten und man wird ja im echten Leben nie alles ausreizen und dieser Film steht ja als schöne Metapher für, er findet schöne Bilder, um echte Dinge von echten Menschen irgendwie darzustellen, fand ich, was man da ja dann auch reinlesen könnte. Ja, durchaus. Und was eben das Schöne ist, was man ja auch eben sieht, dass beide, also der Roboter wie auch der Hund in dieser Zeit des Wartens, ja auch wieder anfangen, neue Kontakte zu knüpfen. Also das Leben geht halt weiter. Und das ist halt eben auch ein spannender Ansatz. Wobei wir hier an der Stelle anmerken sollten, dass es für den Roboter hier eine wesentlich schmerzlichere und einschneidendere Erfahrung ist als für den Hund, dessen Leben eigentlich bequem weiterläuft. Und damit sehr herben Verletzungen im Film, auch physischer Natur, aber natürlich symbolisch emotionaler Natur einhergeht. Denn das ist eben diese schmerzliche Erfahrung, die ich denke für viele von uns in Beziehungen gibt, dass manche Menschen ausschauspar sind für andere. Ja, aber auch da, das sehe ich auch genauso. Ich finde aber auch, einfach nur um jetzt so ein bisschen für die Diskussion, man könnte auch drüber sprechen, dass derjenige, der jetzt in Anführungszeichen einfach nur zurückliegt und ja eh nichts machen kann, der hat es ja dann auch leicht. Der kann ja eh nichts machen. Und der Hund, der muss die ganzen Dinger, der ist im Zugzwang. Der ist am Ende auch der Schuldige, weil der nichts gemacht hat, weil er derjenige wäre, der was hätte machen können, wie ja unsere Diskussion jetzt auch schon zeigt. Wir können überhaupt nicht drüber sprechen, was jetzt der Roboter sich hat zu Schulden kommen lassen, weil eigentlich wäre es ja auch des Hundes Verantwortung gewesen, darauf aufzupassen, dass der gar nicht erst ins Wasser darf. Also dass man hier auch über Verantwortung spricht und was können denn manche Rollen überhaupt erst schaffen, das finde ich auch so schön an dem Film. Was ich eben auch interessant finde, ist dadurch, dass der Roboter ja derjenige ist, der verlassen wird, ist es auch der, der dann irgendwie anfälliger ist für weitere Verletzungen. Also wir haben ja diese kurze Episode, wo dann dieses Booter ankommt mit diesen, ich nenne es mal Piraten und er sich halt eben freut und glaubt, okay, ich habe jetzt neue Freunde gefunden, jemand, der mir helfen kann und dann tun sie ihm aber weh und dieses Wehtun kann natürlich auch für mehrere Sachen stehen, metaphorisch betrachtet. Das fand ich eben auch ganz spannend, also weil es ist ja wirklich so, der, der, der Roboter, der leidet halt auch und der hat auch keine gute Zeit, aber der schafft es ja noch relativ schnell wieder, ich sag mal so, Anschluss zu finden, weil der ja wieder zurück in seine Welt geht, ja. Und der Verlassene, der Roboter, der liegt halt erstmal alleine am Strand und bei dem dauert dieses, diese Revitalisierung der nächsten Mal auch wesentlich länger und der muss auch wesentlich mehr mitnehmen an Schmerz. Das fand ich eigentlich, also wenn man es umdreht, also wenn man es darauf stülpt, zu echten Beziehungen und verlassen werden, also ich, das kommt mir bekannt vor. Und da finde ich auch gut, dass, was das Medium Film auch für mich besser gemacht hat, im Comic siehst du ganz klar, wenn es ein Traum ist, weil die Panelränder sind dann so wellig dargestellt. Und im Film, da kommen ja diese, diese Hasen an den Strand und sie befreien ihn dann und du denkst, yeah! Und dann ist aber ein Stilmittel des Films, dass wir ganz oft nicht wissen, was passiert denn gerade wirklich und was träumt er nur. Das wird erst dann später aufgelöst und das fand ich da richtig cool. Ich hab die ganze Zeit bei, bei jeder positiven Wendung, die der Film noch nehmen soll, hab ich immer Angst gehabt, dass es am Ende nur ein Traum war von dem Roboter. Und das fand ich, da war ich richtig angespannt und war voll dabei und das macht, der Comic ist, der ist nicht so mitreißend und das, weil du klar erkennst, okay, das hier ist ein Traum, das stellt er sich nur vor. Was ich halt auch schön fand, es gibt ja dann irgendwann auch gegen Ende oder so, in dem letzten Drittel, glaube ich war es, diese Traumsequenz, wo der Roboter dann einfach auch die Frame verlässt. Ja. Wo er relativ, ne, relativ eigensinnig und das auch so dieses so, als ob er halt jetzt schon akzeptiert und weiß, das, was ich jetzt hier lebe, ist nicht echt, das ist ein Traum, aber vielleicht brauche ich das auch gerade, ne, diese, diese Lüge, sag ich mal, ja, diese, diese, diese Fantasterei, ähm, das fand ich auch ein starkes Bild. Ich will sagen was ganz wichtiges, sorry, bevor ich hier Lieder wieder oder euch alles wegkriege und zwar finde ich, ihr habt jetzt die ganze Zeit von Beziehungen gesprochen und im Comic selbst ist es, dass es eine romantische Beziehung ist, viel, es, da geht es eindeutiger um eine freundschaftliche Beziehung. Der deutsche Titel heißt ja auch Robo und Hund, wahre Liebe rostet nicht, wieder so ein, äh, wahre Freundschaft, oh Gott, jetzt mache ich es direkt falsch, wahre Freundschaft rostet nicht, also schöner deutscher Untertitel. Und, ähm, im Film haben wir ja auch so eine Art Love Interest so ein bisschen, sie ist, oder sie ist, ist nicht Love Interest, aber sie ist zumindest vermeintlich vom anderen Geschlecht, also diese, diese Gänsin, die ja da, die der Hund dann da trifft. Und im Buch ist es gar keine Gänsin und man erkennt auch überhaupt nicht genau, wer eigentlich welches Geschlecht hat, sondern es ist eine Entenfamilie, die dann halt auch in den, in die wärmere Gefilde fliegt. Und ich fand es daher interessant, warum, also ich verstehe schon warum, aber dass sie sich entschieden haben, im Film diese Möglichkeit, dass es eine Metapher für romantische Beziehungen ist, viel stärker zu fokussieren, als im Buch, wo es eben eher um freundschaftliche Beziehungen geht. Findet ihr das denn gut, dass der Film das so erweitert hat oder hätte es euch besser gefallen, wenn er bei seinem nur freundschaftlichen bleibt, weil es ist ja auch schön mal von dem romantischen wegzugehen und nur über Freundschaften einen Film zu sehen, oder wie findet ihr das? Der Film macht das in keiner Weise, dass er jetzt hier das als romantische Beziehung zwischen dem Roboter und dem Hund, also unseren beiden Hauptcharakteren fixiert. Beide sind genderneutral und geschlechtsneutral und es gibt keine Form von romantischem Austausch oder Handlungen, die explizit als romantisch, angerös oder sexuell auf einer jetzt harmlosen Ebene, aber auch ein Kuss wäre ja was eindeutig Sexuelles in den allermeisten Kontexten zwischen zwei Erwachsenen. Und der Film hat kein einziges Element, dass das irgendwie nahe liegt. Also denke ich, das hier ist jetzt mehr eine Projektion, was aber auch schon zeigt, was der Film sehr gut kann. Er kann als Metapher für jede Form von Beziehung stehen, zum Beispiel sowohl für Freundschaft als auch für sexuelle Beziehungen oder romantische Beziehungen. Und der Film könnte zum Beispiel auch für nahsexuelle, romantische Beziehungen stehen. Und das finde ich etwas sehr Besonderes, weil diese Figuren eben durch ihre Genderneutralität auch straight, queer, whatever sein können. Und dieser Film ist einfach nicht festgelegt und auf sehr schöne Weise zeigt, dass man nicht alles bestimmen muss. Und daher finde ich es auch absolut schade, dass der deutsche Titel diese Mehrdeutigkeit, diese mehreren Ebenen wegnimmt, wie es leider deutsche Titel oder Untertitel so oft machen, indem er das definiert, was hier ganz absichtlich nicht definiert werden sollte. Und so hat das Pablo Berger im Gespräch auch wiedergegeben. Er wollte das nicht absolut auf eine Art fixieren. Und das finde ich gerade von, muss ich sagen, von straighten Menschen eher etwas Besonderes, dass man darauf Rücksicht nimmt und sagt, nein, es muss nicht alles immer noch dieser vermeintlichen Norm sein. Man kann einen Raum lassen für mehr. Ja, und ich finde, der Film, das Buch hat das mehr gemacht als der Film. Aber, ja, ich finde, der Film, und das sieht man ja auch schon daran, dass hier, dass wir hier in der Besprechung schon eher auf, nee, wir lassen, genau. Also das Buch geht über Beziehungen und die Geschichte. Was für Beziehungen ist völlig wurscht. Ich hatte den Eindruck, dass der Comic es weiter gefasst hat als der Film. Dass es im Film, dass es ein bisschen leichter lesbarer für alle gemacht werden sollte. Wollte ich das eigentlich nur sagen. Ja, also bei mir waberte auch immer so ein bisschen halt diese romantische Komponente mit. Dass es eben eine Beziehung ist, die auch durchaus romantisch ist. Ob jetzt der Hund oder der Roboter Männlein, Weiblein oder Trans ist, darüber habe ich mir ehrlich gesagt keinen Gedanken gemacht. Ich auch nicht, genau. Das wollte ich auch nicht sagen, genau. Aber, ja, also alleine, weil der Film in New York spielt, ich glaube, es ist New York, und halt auch in der Vergangenheit, weil wir sehen ja zum Beispiel das World Trade Center, hat er irgendwie auch so einen gewissen Flow, so einen gewissen Drive. Auch dieses Sommerliche gerade, finde ich, das bringt der Film richtig gut rüber zu Beginn. Wenn es Sommer ist, es wirkt alles so. Also, ich saß im Kino und dachte mir, boah, ich könnte jetzt auch meinen Pullover ausziehen und ein T-Shirt setzen, weil es gerade dieses Sommerfeeling kommt echt gut rüber. Und dabei ist der Film ja von den Animationen, der ist jetzt nicht schlecht animiert, soweit ich das beurteilen kann, aber ist jetzt auch kein Hollywood-Blockbuster-Pixar-Dreamworks-Projekt. Das erinnert von den Zeichnungen her ein bisschen an ein Kinderbuch, finde ich. Also, ich fand die Animation total toll und ich fand es auch schön, weil es so ein einfacher, simpler, grafischer Stil ist. Und selbst in diesem Stil sind die Animationen sehr hochwertig gemacht, fand ich. Ich mag auch diesen einfachen, runtergebrochenen Stil und ich finde es auch toll, wenn Filme, die ein bisschen weniger Budget haben, dafür im Charakterdesign und im Stil eben was Besonderes haben. Und da muss ein Film nicht viel Geld haben, sondern er kann in seinem eigenen besonderen Stil toll aussehen. Und ich finde, hier sieht man gar nicht, dass irgendwie Geld gefehlt hat. Ich fand das wirklich einen erstklassig animierten Film, fand ich richtig toll. Ich muss auch sagen, ich habe den mit Kindern gesehen, also bei mir in der Forschung gab es auch wirklich viele Kinder. Und es war so ein generationenübergreifender Film. Also, der hat irgendwie jedem was gegeben. Das fand ich ganz, ganz interessant, das zu sehen. Also, natürlich haben die Kinder, die waren so, ich würde mal schätzen, acht Jahre alt, die haben natürlich da andere Sachen jetzt für sich entdeckt und andere Sachen gesehen, andere Sachen verstanden als ich alter Sack. Aber es war trotzdem ganz schön, war eine interessante Erfahrung. Wobei wir über eine Sache noch gar nicht geredet haben und ich nage mich jetzt darauf fest, das ist das Allerallerbeste am ganzen Film. Es ist nur ganz, ganz kurz. Aber der Faultier Freddy Krüger ist eine Wucht. Ich will den als T-Shirt haben. Ja, das war es jetzt. Ja, es gibt zahlreiche kleine Anspielungen, sowohl auf zeitgenössische Dinge als auch auf solche bestimmten popkulturellen Referenzen, die eher ältere Zuschauende verstehen können. Einfach, weil man diese Sachen ja ganz anders dann noch erlebt hat. Also, Kids, denke ich, in so der sechs, siebenjährigen Altersgruppe kennen vielleicht nicht unbedingt die Freddy Krüger Filme. Aber eben auch, dass wir dieses New York sehen, das in den späten 80ern, frühen 90ern noch so richtig verranzt aussah. Und viele Sachen, die dann später eben neu gebaut worden sind. Oder es gab ja auch in den, das war glaube ich einer der 70er, diesen gigantischen Streik der Müllkompanies. Also, dass man davon wirklich noch Spuren sieht, überall Graffitis, die auch verschiedene Dinge aussagen. Wir haben einen unglaublich visuell starken Film und dass der Stil ein eher schlichter ist, heißt nicht, dass das nicht voller emotionaler Expressivität stecken würde. Und diese Fähigkeit, ohne Worte oder mit einem Minimum an schriftlichem Text zu sprechen, die hat ja Pablo Berger bereits in seinem hervorragenden Stumpffilm Blanca Nieves gezeigt. Das war ja eine Schneewittchen-Adaption, die ebenfalls wirklich viel Aufsehen erregt hat und das zu Recht. Ihr Lieben, habt ihr noch irgendetwas, was ihr zu Robot Dreams loswerden wollt, außer euer Fazit? Dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Also, zu den Kindern betreffend wollte ich sagen, ich glaube, es ist nichts für die ganz Kleinen. Die finden zwar die Animation toll, aber für die ist der Film dann einfach zu lang. Und dann würden die es nicht so lang aushalten. Ich glaube schon, dass acht, vielleicht auch sieben ein gutes Alter ist, aber jünger, ja, da müssen schon erfahrene Kinder sein. Um hier gleich mal kurz über die, wie alt, da kann mein Kind diesen Film eigentlich sehen, Thematik zu sprechen. Dann würde ich sagen, begeben wir uns mal ins Fazitland und Lida, du darfst gerne anfangen. Robot Dreams ist wirklich ein Traum von einem Film, eines der Highlights letztes Jahr, nicht nur in Cannes, sondern des ganzen Jahres. Ein Trickfilm, der alterslos übergreifend gesellschaftlich nahezu jeden ansprechen kann. Und das für sich ist schon ein kleines Wunder, der eine wirklich bemerkungswert tiefgreifende Story hat, wo es einmal wirklich um menschliche Beziehungen geht und nicht nur um eine ganz bestimmte Art von Beziehungen, die uns andauernd um die Ohren gehauen wird. Ein Film, der nicht seine Figuren verurteilt oder bewertet, sondern einfach eine Episode erzählt, wie sie so aus dem Leben genommen sein kann und dadurch wirklich tiefe Emotionen anrühren, auf die Leinwand bringen kann. Also für mich unbedingt ansehen, das ist das, was ich euch hier mit auf den Weg gebe. In jeder Hinsicht, stilistisch, strukturell, narrativ, dramaturgisch wurde hier wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Dann drängel ich mich mal vor. Ich habe ja den Podcast damit angefangen, dass wir hier erklären oder erklären werden, ob Robot Dreams vielleicht den Oscar gewonnen hätte oder hätte gewinnen sollen. Meiner Meinung nach, ja. Sorry, Ghibli. Ich fand, der Junge der Reihe war toll, aber Robot Dreams war für mich eine echte Wucht, eine echte Entdeckung. Ich fand den wirklich famos, der beschäftigt mich immer noch und die Sichtung ist jetzt echt noch einige Wochen her und ich freue mich, den demnächst nochmal zu sehen. Und er war ein, ja, ein Jahreshighlight definitiv für mich. Lelida war schon. Ich noch drauf. Ja, ich finde, ihr habt das thematisch und professionell gut ausgearbeitet. Ich mache es hier einfach, ich komme jetzt gefühlisch rein, auch aus der Animationssicht. Ich fand den aber auch, von mir also auch eine klare Empfehlung. Ich fand den, der sah super aus. Die Geschichten, die dargestellt wurden, das sind ganz toll. Der war großartig animiert. Der Einsatz von Musik war toll. Und der ist auch im Comic, ist ja Musik auch ein wichtiges Element. Und das haben sie hier total schön noch verstärkt. Und ich finde, der Film funktioniert. Man kann da so schön drüber diskutieren, was die einzelnen, was die einzelnen Episoden bedeuten. Das ist, ich liebe es, wenn man so viel reindeuten kann und wenn man so viele schöne Metaphern findet, um ganz viel, um eben das Menschliche zu erzählen und dann eben auch menschliche Beziehungen. Das hat der Film, dadurch ist er ein Fass, in das man ganz viel reinfüllen kann und aus dem man ganz viel rausnehmen kann. Nicht nur eben optisch, sondern eben auch inhaltlich. Ich finde den einen Ticken zu lang, aber dadurch, dass sie sich am Original orientiert haben und sogar da noch was rausgeschnitten haben, kann ich das verzeihen. Das wäre das Einzige, was ich hier kritisieren könnte. Aber sonst gibt es von mir auch eine totale Empfehlung und guckt den auf jeden Fall an und sprecht danach drüber. Da gibt es viel rauszuholen. Wenn ihr ihn gucken wollt, ab 9. Mai, RoboDreams in den deutschen Kinos. Damit sind wir hier durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt, sowie auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de. Ich sage auf Wiedersehen, dann sagt Lieder, Tschüss und der Schlucker gebührt das letzte Wort. Tschüss. Süße Träume. Ich sende hier meinen Werbeblock noch hinten dran. Ich finde nämlich, dass ich auch einen ganz simplen, einfachen Stil habe, mit dem man aber manchmal auch viel rauslesen kann. Also der Film ist viel besser gezeichnet und der Comic auch, als ich es zeichnen kann und auch toller animiert. Aber es geht eben bei meinen Sachen auch um Kommunikation und zwischenmenschliche Beziehung. Deswegen habe ich da wahrscheinlich noch mehr mit korreliert sozusagen. Guckt doch mal vorbei auf Schluckershop, Schlucker.de oder auf Social Media, da wo ihr auch den Tele-Stammtisch findet. Und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Besprechung wiederhören. Bis denn. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.